Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Noch haben wir keinen Krieg vom Zaun gebrochen. Das hat ein grüner Kollege zu mir gesagt auf die Frage, wie ist das jetzt so, nach 20 Jahren wieder an der Regierung zu sein. Ja, in der Tat, es war der grüne Außenminister Fischer, der deutsche Soldaten in den ersten Kriegseinsatz seit 1945 damals geschickt hat, in den 90er-Jahren. Dabei sind die Grünen damals in den Bundestag reingekommen auf dem Ticket der Friedensbewegung. Das zeigt, dass die Grünen damals wie heute innenpolitische Heuchler und außenpolitische Kriegstreiber waren. Beides, die Heuchelei und die Kriegstreiberei, bestätigen auch schon die ersten Ausführungen, die öffentlichen Ausführungen von Ministerin Baerbock. Schauen Sie mal, Sie haben angebliche Sorgen um die Einhaltung der Menschenrechte. Da sind keine zwei Tage, da haben Sie gesagt, in Kasachstan wurde Internet und die sozialen Medien eingeschränkt. Dabei sind hier in Deutschland freie Medien zensiert, die Arbeit von freien Journalisten wird behindert, Kanäle freier Medien werden abgeschaltet und der Opposition sogar gelöscht. Ausländischen Fernsehsendern wird keine Sendelizenz erteilt und neueste Nachrichten. Telegram soll abgeschaltet werden, nur weil sich die Opposition darin verabredet. Dazu kein Wort. Menschenrechte spielen da keine Rolle. Aber wenn in Kasachstan für zwei Stunden das Internet abgeschaltet wird, oh, dann werden Menschenrechte, dann sind sie in Gefahr. Wer soll Ihnen das abkaufen, bitte schön. Genauso Einschränkungen der Versammlungsfreiheit in Kasachstan. Aber dass hier in Deutschland jeden Tag zigtausende Menschen gegen Ihre Regierung demonstrieren wollen und deren Versammlungsfreiheit behindert wird, dazu kein Wort von Ihnen. Liebe Kollegen von der FDP, gerade Sie, Graf Lambsdorff, und von der SPD, ich muss Sie fragen, wie konnten Sie das zulassen? Wirklich. Deutsche Außenpolitik war immer, der Nachkriegszeit, war immer von großen Staatsmännern geprägt. Und es war nach den zwei verlorenen Kriegen eine Außenpolitik, die auf Frieden ausgelegt war. Angefangen mit Stresemann des 1926, die Wiederaufnahmen in der Völkerbund bewirkt hat, gekrönt durch Hans-Dietrich Genscher, Wiedervereinigung. Dazwischen Walter Scheel, Aufnahme in die Vereinten Nationen und Willy Brandt, Versöhnung mit dem Osten, Frieden mit der Sowjetunion, trotz der Gräuel des Zweiten Weltkrieges. Und diese Politik wurde auch honoriert. Deutschland wurde in die Weltgemeinschaft wieder aufgenommen. Und die beiden Politiker Stresemann und Brandt haben den Friedensnobelpreis bekommen. Und auf der anderen Seite haben Sie die Tradition der Grünen eben mit dem ersten Kriegseinsatz seit 1945. Und Herr Schmid, das ist eine Geschichtsklitterung, was Sie hier gerade betrieben haben, indem Sie versuchen, die Grünen einzugemeinden in die liberal-soziale, außenpolitische Tradition. Also, was waren die ersten Eckpunkte von der Außenministerin Baerbock? Das größte Land der Welt, Russland, sofort Konfrontation. Wichtigstes deutsch-russisches Projekt Nord Stream 2, verhindern. 70 Prozent des Energiebedarfs müssen wir importieren. Russland ist mit Abstand der wichtigste Lieferant, und Sie gehen in die Konfrontation mit diesem Land. Das geht so nicht. Genauso China, bevölkerungsreichstes Land der Welt. Sie legen sich gleich mit China an, kritisieren das Land wegen der Uiguren, wollen die olympischen Spiele boykottieren. Welche Hybris? Welche Hybris? VW ohne China nicht vollstellbar, schreibt das Manager-Magazin. Vier von zehn deutschen Autos gehen in den Export nach China. Wessen Interessen vertreten Sie, Frau Baerbock? Die der deutschen Bevölkerung und der deutschen Industrie sind das nicht. Herr Dr. Wagenpool, Sie haben vorhin den Kanzler in die Pflicht genommen. Ich finde, da haben Sie recht. Der Bundeskanzler muss sich jetzt entscheiden, in wessen Tradition die deutsche Außenpolitik gehen. Der großen Versöhner und Diplomaten Scheel, Genscher und der Friedensnobelpreisträger Stresemann und Brandt oder des Straßenschlägers, Steinerwerfers und Kriegstreibers Fischer. Das ist hier die Frage. Dankeschön.